Musik Die Halle stellt sich nochmal hin, applaudiert für die letzte Minute. Musik Jetzt wieder ich mal. Erste Chance für Düsseldorf im Kreis. Musik Jetzt mal mit einer schönen Kommission nach rechts. Und da ist das 1 zu 0. Musik Die Mannheimer scheinen jetzt ein bisschen aufgewacht zu sein. Körpersprache jetzt eine ganz andere. Haben jetzt gemerkt, oh ein Tor gegen uns. Jetzt müssen wir Gas geben. Fioner Felber da. Ja. Tempo wird schneller. Angesprochen eben. Manchmal dauert es im Finale, bis man ein bisschen reinkommt. Super. Weil auch Stoffelsmar die wieder auf Sarah Strauss legt. Und da ist das 2 zu 0. Riesentor. Tore. 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 Raus, Kurz auf Sine, Kurz, Ableger auf Sonja Zimmermann, die da in der Lücke steht. Aber Düsseldorf bleibt gefährlich. Pia Lothack, ei, 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 ei. Marcel Nouros mit einer guten Einzelaktion, legt den Ball rechts auf Lisa Greve. Die versucht den Ball wieder von der Mannheimer Schlussfrau. Ein, zwei Minuten Pause, um durchzuschnaufen. Das ist natürlich eine der Führungsspielerinnen, auch hier wieder. Düsseldorf hier mit der Möglichkeit, wieder der Ableger auf Lisa Nolte. Kein sauberer Ablauf, Schloffelsmann kriegt nochmal die Möglichkeit. Aber wieder Düsseldorf, davor kontert jetzt Sarah Schraus wieder. Und das ist ganz, ganz knapp. Mannheim jetzt mal über rechts. Und jetzt ist wieder Sarah Schraus, die da kontern kann. Und 3 zu 0 Düsseldorf. Jetzt vielleicht mal über rechts und da gibt es die Ecke zu Ort, das Einsteigen von Annika Spring. Ecke, ein Arzt. Luisa Steiner musste erstmal raus, zu viel rausgelaufen, wieder auf, ne nicht auf Zimmermann, die lässt den Ball durch auf Gerstenhöfer, Stine Kurz, ja. Ja, richtig schöne Variante vom MRC da, die ist ein, studiert, Stine Kurz steht wieder zum Schuss, jeder rechnet wieder. Gerstenhöfer versucht es da mit einem Querball, Felber vielleicht, vielleicht nochmal die Möglichkeit für den DRC, Luisa Gebe geht und geht und dann ist das hier die Norus. Sonja Zimmermann versucht es wieder selbst über rechts, ja, den Trick haben wir eben schon. Stoffelsmaar setzt sich da irgendwie gegen Sonja Zimmermann durch und da ist wieder Sarah Strauss, diesmal, aber Lamas ist erstmal die Siegerin und im Nachfassen. Er taucht dann im richtigen Moment ab. Das wird ihr gut tun und dann gibt es jetzt den kurzen Eckenpfiff. Ski hat das geahnt, ist ganz schnell draußen und macht den Schritt nach rechts. Ja, und dann geht es weiter mit Bulli. Pfiffen, Düsseldorf weiter im Ballbesitz. Luisa Steiner mit einem super Passwort für Lisa Grewe, das könnte gefährlich werden. Und das pullert der Ball ins Tor. Tor für Lüßdorf. Vier Tor für Lüßdorf. Die Torstütze für das 26. Isak Läben. Ja, da ärgert sich Karl Louto Lamas. Unglück. Jonah Felber dringt da ein in den Kreis, legt den Ball auf Gerstenhöfer, die da eigentlich viel Platz... Tiefer Ball in den Kreis. Fiona Felber jetzt, der Mercedes stürmt weiter. Isabella Schmidt. Die verliert jetzt den Ball, die Lisa Grewe rennt aufs leere Tor. Und Sonja Zimmermann wieder ganz stark da. Zeit wird ja auch bei Toren oder Ecken nicht mehr angehalten, wie auf dem Feld. Die Halle stellt sich nochmal hin, applaudiert für die letzte Minute. Düsseldorf kann hier sogar nochmal auf 5 zu 1 erhöhen durch Pia Lothack. Und so heißt der deutsche Meister auf dem Feld, auch in der Halle jetzt, Düsseldorfer Hockey-Club. Spiel ist zu Ende. Der DHC lässt wieder alles knallen. Konfetti regnet. Herzlichen Glückwunsch an den DHC. Sommer desde Herberg. Bad finals, wir sind ... Rставat. Kleine Ger Bridger, wurde vom AD, ein Marcap! Als ob man Barsch war so! Allerhände responded! Wie viel von Sa casa? Der Lüster-Party! Gehen wir noch mal ein, los oder los? Macht das Trenner Lüster aus! Für alle jahre Schmeister, meine Damen und Herren! Die Lüster-Party!